hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge kainga ja ich hatte letzte folge gesagt wir machen die terrassen weil das dahinten bzw links hinten sage ich schon als aktive quest steht die wir erledigen sollen da steht auch schließe das tutorial und eine arena ab und ja ich hatte falsch gewählt man sollte vielleicht auch gucken was hier so angezeigt wird mit diesen schönen strahlen die sich hier im kreis drehen um die symbol und wir hätten auch einfach hier klicken können und dann aufbrechen und ja ich war so verwirrt und habe einfach das erste was ich hier gesehen habe geklickt und dachte dann das ist genau diese quest nein war es nicht aber ja ihr kennt mich ja so ist er verwirrt durcheinander genau das macht euch ja so viel spaß genau das macht es aus so anfangsphase baue ein lagerfeuer wir schauen uns zuerst wieder die welt an bevor hier irgendwas entschieden wird wir haben hier schon wieder plattköpfe in der nähe das gefällt mir nicht so gut hier ist schon einiges an ressourcen und es wäre relativ weit weg hier sind aber schnecken sind die an sich gefährlich eigentlich da weg bleibt weiß man nicht ne hinten ist auch nicht so viel hier ist ein anderes volk ein anderer stamm hier auch gut dann ist unsere location ja eigentlich schon ziemlich hier wäre noch eine coole location eine lokation würde ich sagen obwohl das hier weiß nicht wir schauen kurz hier ist ein bisschen Gras und so weiter auch was Gras und Ton sieht es hier unten aus hätten wir weniger ne ja komm lass lass dann hier anfangen so lagerfeuer schlagen wir dann direkt hier auf und unser Denker kann schon mal nach Inspiration in Ausschau halten wenn das lager voll gesetzt genau so jetzt kann ich schon was auswählen ein Hakenhaus ein Stroh gedecktes Haus mit einem Haken das Fische fängt wenn seine Rückseite zum Wasser zeigt was oder an Land Arbeiter produziert okay ja Fischernetz fängt regelmäßig Fische wenn am Wasser platziert produziert aber keine Arbeiter mehr achso wenn ich es am Wasser platziere dann bekomme ich Fische ansonsten dient es als Haus das klingt doch sehr sehr cool allerdings kostet es ein wenig was an Material wobei ein Holz das kostet ein Holz weniger also und das Kragenhaus was kann das ein hohes Haus das den Wind absorbiert um Ressourcenanforderungen zu erfüllen bitte wenn der Wind durch dieses Haus weht werden seine Verbrauchsanforderungen ignoriert okay bewege dich in luftiger Höhe frei zwischen Häusern das klingt cool aber das ist mal am Anfang jetzt zu riskant ich weiß ja nicht wenn wir Wind bekommen so also nehmen wir das Hakenhaus oder das Hakenhaus keine Ahnung wie es aussprungen wird so das würde ich doch glatt hier platzieren dann hätten wir schon mal eine Nahrungsquelle und dann ein paar Häusgeln so wenn man Schiff festhält kann man noch mehrere bauen aber ihr wisst ja hehehe so Bäckerei stellt zuverlässig und konsistent aus ungenießbarem Schilf köstlicher Nahrung her also und wir brauchen aber ja zuerst Schilf da wäre die Nutzpflanzenreihe gut ne wobei das wäre egal weil wir immer wieder Inspirationen sammeln können könnten wir das hier wählen weil wir nicht wissen ob wir das nochmal bekommen so Feld Ton produziert viel Nahrung ne ich würde auf Gras platziert die Nutzpflanzenreihe wieder nehmen das letzte mal auch sehr nützlich auch wenn man die nicht in hier darf ich es wieder nicht platzieren aus Gras das nur auf fruchtbaren Gras wieder platziert werden kann ja warum geht es nicht komm wir machen mal Land beanspruchen und die Schlangen da müssen wir aufpassen ne ne dass die irgendwie so komm du mal her noch eine Inspiration Pflanzenreihe die muss doch hier platzierbar sein jetzt aber lass das jetzt ein Bug hier passt eine hin okay würde ich die schon mal platzieren wobei Nahrung bekommen wir eigentlich durch das Hakenhaus ne würde ja reichen sag ich jetzt einfach mal sehen wir dann so keine Holz wir haben keine Holz das Hakenhaus ist gebaut und die Inspiration Tongrube ich würde das hier wieder nehmen auf fruchtbaren Boden platziert ein Seitenwebstuhl wäre auch interessant aus zwei Bambus wird Stoff produziert komm das bekommen wir später wieder Schilfbeet kann aber bei Bauen und der Produktion angesetzt werden hmm produziert Schilf nö die Tongrube war bisher immer okay so einmal eine zweite können wir aber glaube ich gar nicht produzieren genau nur eine passt aber auch es reicht so hier noch ein Haus und hier könnte man dann bitte zuweisen und zwar der nette Herr hier er braucht für das Haus immer noch Holz also dann sammle du mal bitte Holz indem du das hier das Holz erntest das wird schon mal so witzig an Holz ernten ne einfach abholzen so Festtechnologien Festmahlfreundfeuer Schneckensignalfeuer wir sollten die Arena bauen ja oder heißt die Mission nur so ne ich denke ja aber am Festmahl können wir ja trotzdem platzieren Ressourcenkosten werden für alle Gebäude werden für alle Gebäude Gebäude mhm da ist ein Fehler drin einmalig bezahlt ein Fest des Überflusses welches die Bedürfnisse jedes Hauses erfüllt jetzt bin ich immer ähm verwirrt Ressourcenkosten werden dann die brauchen die Häuser dann keine Ressourcen mehr ich würde wieder Wunder des Bambus nehmen komm so baumetral mit 4 Schiff so dann suchen wir uns irgendwas was man mit Bambus machen kann haben wir nämlich dann genug von und da du einfach nur dumm rum stehst du könntest auch einen Baum hacken oder was bekommst du wenn du das fällst Kaktus bekommst dann Wasser und Holz ah ok es hat ein bisschen äh das Land hier bewässert interessant so Holz haben wir jetzt 5 pro Haus brauchen wir 1 Holz oder 2 Holz sogar warum sind hier 2 Holz? ich dachte es kostet 1 egal macht nix der fällt jetzt weiter dann darfst du jetzt hier bauen kannst dein Ton sammeln und schau mal bekommen wir hier noch eine Pflanzenreihe hin jetzt ja jetzt könnte man die platzieren und das lassen wir jetzt mal weg so da sehen wir schon Hakenhaus und wenn du hier arbeitest produzierst du das ist die Anzeige hier können 3 wohnen hier nur einer weil es jetzt ja eine Fischerei ist ein Fischereigebäude sehr cool sind auch genug Fische drin alles richtig gemacht hoffe ich doch ähm und wir könnten uns mal wieder um Inspirations kümmern wo ist eigentlich der alte Mann da ist er der weise denkende alte Mann so irgendwas für den Krieg für die Kampfführung so du produzierst immer Ton aber habe ich jetzt 44 in der Nähe ne ähm du könntest zuerst mal noch ein Haus bauen Häuser werden wir immer einige brauchen so und das meinte ich ne der Wind wäre jetzt hier nicht durchgeblasen hätten wir absolut keinen Vorteil gehabt für unsere Gebäude also haben wir richtig entschieden Inspiration Bogenplatz oder Kaserne ich würde wieder mit den Schwertkämpfern ins Rennen gehen klingt für mich immer am besten so und der Eingang ist auch hier direkt in die Nähe hier gebaut so Freudenfeuer hier von 6 benötigt Völkerung ne Beth genau 6 Beths sind benötigt und der hackt Holz was mir noch fehlt ist wenn ich hier einen Mitarbeiter anklick dass der mir eventuell sagt irgendwo in der Leiste ich tue gerade dies und jenes ne dass der mir dann anzeigt visuell okay ich baue dieses Gebäude oder sowas aber kommt bestimmt alles noch so da sind die Plattköpfe da möchte ich ungern nah vorbeilaufen also schicken wir dich erst hier runter über das Ödland dann kannst du bitte deine Inspiration hier erhalten sehr schön muss man nur gucken dass er nicht wieder an den Plattfüß äh Plattköpfe ne ich sag immer Plattfüße will ich immer sagen Plattköpfe wobei läuft hier so wohl das wäre noch weit genug weg aber ihr wisst ja was das letzte Mal passiert ist als wir diese Tiere getroffen haben oder in der Nähe hatten und zu nah vorbeigelaufen sind das hat denen nicht so gefallen was wir da gemacht hatten bald ist ein Arbeiter produziert Nahrung haben wir im Moment ja keins ne doch 5 Nahrung so Inspiration erhalten Alarminstrument Handelstisch oder Lager Beschütze Ressourcen vor den Elementen ich glaube das hier wäre mir am wichtigsten obwohl mit der du effizientere Überfälle und verteidigen dein ganzes Dorf alle auswählen kannst ne ne Frühwarnsystem wäre cool das bräuchte ich jetzt nicht den Handelstisch hätte ich gerne haben wir sonst noch irgendwo Inspiration das ist halt ein Gebäude in der Nähe das ist aber ein Karma Shop nichts passieren wir schicken dich jetzt mal oh ne 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 das ist schon automatisch wolltest zurücklaufen wo sind die Blattköppeln da oben ok dann kannst du das hier nehmen in der Nähe des Karma Shop dann schauen wir hier ob das hier anständig floriert wir haben einen Bewohner mehr bekommen nächste Bewohner ist hier jawohl jetzt haben wir 6 sehr schön äh geht das nicht schneller wenn hier 3 drin sind komm wir probieren das mal ich habe Angst in meinem Denker wichtigste Person im Dorf es sieht jetzt für mich nicht danach aus als würde das schneller gehen ne geht auch nicht schneller also raus da es reicht einer so Inspiration Lotusteich Quelle für Seidenstoff ein Schilffeld für Schilf produziert Nahrung produziert Ton Schilf haben wir noch keins ne also würde das gehen auf Schlamm platziert so war das müssen wir wieder in die Nähe vom Wasser bauen das müsste aber gehen ich hoffe das ist kein Problem und hier das kannst du auch noch nehmen da ist auch noch keine Gefahr wobei oho ich laufe lieber zurück ich weiß nicht was das bedeuten sollte ah ok die kloppen sich nur alles gut Inspiration holen schnell und dann die Zeit das Hass hier fertig gebaut wird wir brauchen Holz so gib mal Gas wir brauchen Holz so bitte hier holzen wo bekomme ich noch Holz her weil nicht dass die uns irgendwann frühzeitig auf den Schlips treten ich wüsste aber auch nicht wo ist denn hier noch das hier denn hier können wir noch fällen na komm her oder du komm dann mach du kannst du das was passiert eigentlich wenn ich den den Kaktus entferne jetzt bin ich gespannt schau mal eine an hätte man das vorher gewusst ne hatten wir immer schön ignoriert vorher diese Kackteen aber ich liebe das Wort Kaktus viel mehr du läufst bitte zurück bevor ich das vergesse und alle abwählen wir brauchen keinen Bogenplatz so gibt Arbeit an die Fähigkeit Ressourcen mit voller Geschwindigkeit zu tragen uh ich glaube Zähmen das ist das ist sehr produktiv das machen wir so Karma Shop brauchen wir jetzt nicht warum sollten wir den Mitgame besuchen das erschließt sich mir nicht ganz so hier hin rennen bitte und dann Lotusteich so da lässt das sich platzieren sehr schön ein Handelstisch hätte ich auch noch gerne und zwar hier na darf ich hier nicht platzieren in in achso neutrales Territorium okay das gilt auch nicht ähm muss ich dazu ne wenn ich das Land beanspruche ist ja nicht mehr neutral hehehehe äh so hier würde ich gerne noch mein Land erweitern aber das oh die Blattköpfe die machen mir Sorgen so du was könntest du denn machen das ist ein Schilf was vergeben ein Feind hat dir deine Kräueltaten verziehen ich habe doch gar nichts gemacht das Fest kann ausgerichtet werden machen wir auch Bau vom Lotusteich ist auch erledigt sehr schön also Stoff produzieren wir jetzt beziehungsweise äh doch produziert so Nahrung kann man nicht genug haben wir produzieren noch Nahrung ansonsten würde ich noch mehr Häuser bauen so drei Häuser so unterwegs der Bambuz der Bambuz wobei das hier ist weit weg lass uns doch einfach ne hier geht es ja nicht okay komm dann hier noch eins also haben wir dann Fische und Nahrung alles gut und die Kaserne was ist mit der ist die mittlerweile fehlt immer noch ein Holz na gut komm wir machen das mal so drei so bitte Ticali Ticali so los 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 schnell auch das Material bevor die Schnecke sich da oben belästigt fühlen du kannst ein bisschen Bambus mitnehmen komm so warum nicht was das Fokusnuss du kannst die bitte mitnehmen oder so danke noch ne Kokonat so Kapazität erreicht mit was bauen wir Häuser okay Inspiration erhalten kein Holz kein Holz das ist immer immer schön Holz müssen wir aber jetzt haben ich hab die ja damit beauftragt so Schneckensignalfeuer ein Fest zum Barbarofen zähmen einer Schnecke können wir die auch zähmen da oben oder braucht man dafür echt ein Fest Fest mal das ist wieder Bambus ah ne Gebäude bezahlen Holzstegarena und das ist die Holzstegarena das ist schon unsere Herausforderung komm wir versuchen das mal jetzt mal zu rushen diese Mission die nächste gehen wir vielleicht ein bisschen anders an mal schauen Anfrage der Tierwild schicke eine Einheit zum Tributort um die Bedürfnisse der Tiere zu erfüllen oh zieht ihnen Nahrung an damit sie wachsen oder sich aufs Schlimmste vorbereiten können ach komm wir lieben Tiere das machen wir das kann man doch machen nicht greifen die uns nur nicht an aber wäre jetzt komisch wenn wir hier eine Aufgabe hätte und oh das läuft aber auch schnell ab ey könnt ihr da bitte hier euch drum kümmern das wäre cool so Nutzpflanzen Reihe gebaut kein Holz ist immer Mangelware so wie es ausschaut ähm ja alles Kakteen hier hm Holz haben wir hier nicht viel kann ich das fällen und bekomme ein Holz Anfrage erfüllt eine Großzügigkeit hat der Tierwelt geholfen sich zu vermehren so kann ich die ah ich kann die versuchen zu zähl mir so anzugreifen Friska 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 so hat er gefällt aber hat nichts gebracht ne wir probieren es nochmal ich glaube das hatte ich schon probiert ja geht nicht so komm und ich probiere jetzt das mal hoffentlich geht das nicht schief was ich davor habe oh ne ok das passiert wenn man das versucht ich hätte gerne dieses Holz wo ist denn hier noch Holz in der Nähe ich brauche Holz unbedingt hier wäre ein Baum das reicht aber bei weitem nicht regnet es jetzt Plattköppe ja ich muss dann wohl äh hier mich ausbreiten und zwar so so ok denn Holz ist wichtig keine Nahrung ah jetzt da habe ich aber jetzt endlich jawoll so muss das sowas hast du komm her komm her mein Freund bau du mal das hier und dann möchte ich Holz gesammelt haben da tun sie auch schön Schilf abbauen ganz automatisch ohne dass ich was sagen muss das ist glöblich wenn wir 20 Nahrung haben können wir ja das Holzstieg Arena bauen und die kann hier platziert werden so die bis zum Tod kämpfen kloreich und wenn du hier fertig bist mein Freund oh ist schon zweiter so hol mal bitte Holz mit ich wollte gerade sagen warum wechselt der das Symbol nicht zum Holz hacken so bitte schnell ach guck mal da kommen die automatisch schon und holen hier Holz sehr schön so du auch komm schnell mit Gas so Banner abgeschlossen Land beansprucht ja kein Holz Kaserne gebaut Banner abgeschlossen Nutzpflanzenreihe gebaut okay kann ja nichts mehr schief gehen aber warum hat die mich angegriffen habe ich da irgendwie also zähmen geht nicht hier wäre hier wäre ich will es nicht nochmal versuchen Gesamtzahlkrieger so da hätte ich doch gerne am besten ich hätte halt hier gerne noch gesehen werden im Moment nicht so viel zu tun oder so ne noch zwei schicke ich hier rein fast kann das Gebäude bauen fast kann das Gebäude bauen brauchst du das bitte ne anscheinend nicht ok Kapazität erreicht fest bereit über die Holz aaaaah fest ausrichten so Leute das wäre eine schnelle Mission gewesen fest ausrichten bin ich gespannt es geht schon los ist das nur bei diesem Unfehlern einer hat das Schwert andere nicht aaaaah ok ähm das war jetzt das fest oder was einer mit dem Schwert darf drei Leute abschlacken ok naja wer kommt mit dem Messer zum Pistolenkampf ne Zorbierung gestiehlt das Tiefland Holstieg Arena Karma plus 2 Freudenfeuer nochmal Karma und Uncharted 3 detected gib Karma im Shop aus um neue Technologien freizuschalten so das könnten wir ja dann machen Technologien werden aufgefahren und sind wieder einsetzbar also hier kann ich jetzt eine hinzufügen für die nächste hm was wäre das denn würde sagen wieder die Nützpflanzrei weil das Nahrung gibt so und dann hätten wir das geschafft das ging ja mal schnell diesmal danke jetzt haben wir ein bisserl den Dreh raus es wird dann auch hier so sauber weitergehen hmhmhmhm so schönen Morgen Mittag Abend vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge Kainga und dann werden wir spielen was wäre die nächste Mission aktive Quest keine wähle eine ach Moment dann wählen wir noch was aus Quest aha Questreihen wähle eine Questreihe aus und schließe die aufgeführten Herausforderungen ab freigeschaltet die richtige Richtung ok jetzt wäre das hinaus aufs Meer schließe all diese Herausforderungen ab Belohnung die Kiesel es gilt Inseln zu erkunden bestehe eine Reihe maritimer Herausforderungen um Zugang zum Kiesel Archipel zu erhalten ok da gibt es verschiedene Biome ach das ist das was wir auf der Karte schon gesehen haben ne wie cool gut dann machen wir das als nächstes Holzwahrzeichen und Treibgut Arena auswählen so und was macht er dann ah und jetzt ist die aktive Quest hier gewählt hier das wäre die erste Quest und Treibgut Arena hier hätten wir woanders dann wahrscheinlich oder die kommt dann auch hier oben hin ah so funktioniert das gut zu wissen gut dann äh ja schönen Morgen Mittag Abend vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der Mission Holzwahrzeichen Tschüss